Manchmal habe ich so ein Deck, das hitze ich dran und schraube und tue und lege mir sogar vielleicht Tabellen an, mache Ordner mit allen Karten drin, schaue mir alle Karten vier, fünf Mal an, Goldfisch damit voll rum und dann spiele ich und es funktioniert einfach gar nicht. Das passiert mir relativ oft. Ich bin heute sozusagen das Opferlamm, das sagt, hey, ich habe diese Decks noch nie zum Laufen gekriegt bzw. diese Strategien, die dahinter sind und auch eine kleine Sache, die ich einfach nie zum Laufen bringen will, aber es geht im Großen und Ganzen darum, wie macht man das eben, wenn man mit was nicht klarkommt, am Hand von konkreten Beispielen in Decks, weil ich das selber ja offensichtlich nicht schaffe. Sind Freddy und Marius dabei? Jawohl, sind wir, wie immer, weil ich bin der überkrasseste Deckbauer, wie mittlerweile jeder denkt, während ich mich bloß irgendwie dumm in diese Position rein gestolpert habe. Und ich sage gerne das Offensichtliche und oft kommen Leute dann darauf, oh nein, das ist ja saudumm, was der sagt, das sollte ich nicht tun und kommen damit dann auf den richtigen Zweig. Ja. Die Sache ist nur, ihr müsst eure Deckbauentscheidungen mit Argumenten einfach betonen, ob sie richtig sind, dass ich in meinem Artefakt Deck nur 33 Länder spiele. Das hat niemand gesagt, aber ich kann auf jeden Fall ein Argument dafür machen. Du bist der, wie weißt du, ich habe es heute erst in einem Video gesehen, der Experte ohne Expertenkenntnisse, aber mit sehr viel Überzeugung. Absolut. 15 Länder, das ist der Shit. Spielt es, probiert es aus. In einem Landfall Deck. Du musst sie nur immer wieder zurückkriegen. Es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber das werden wir heute nicht machen. Bei uns geht es tatsächlich um ein paar andere Sachen. Bevor das allerdings soweit ist, kleiner Schauder hat unseren Sponsor, Sponsor, Ultimate Guard. Ich habe diesmal, sehr gut Marius, dass du die Boulder vorzeigen kannst, denn ich habe keine Cortex-Sleeves mehr, denn ich habe am Wochenende mit den fantastischen Sleeves von Ultimate Guard gleich drei Decks gesleeved, also verlängertes Wochenende. Ich habe nämlich, Marius kennt das Ballooner, das Ballooner-Deck jetzt. Dann habe ich noch Ellie and Alan eingesleeved und jetzt noch das, was ich immer machen wollte, Duskana, the Rage Mother oder Duskana. Es war mir eine Freude, es hat mich nicht genervt beim Sleeven und das ist ein großes Werturteil, denn es gibt auch Sleeves, die nerven mich tierisch, während ich da Karten rein und raus friemel. Das war nicht der Fall und jetzt sind sie schick und gut verpackt. Ja, sehr schön. Und ich kann endlich wieder verlieren. Ich glaube, ich darf aus vertraglichen Sicht auch keine Sleeves zeigen, die ich gerade nicht mag, aber ich bin gerade sehr, sehr enttäuscht von einer gewissen Marke, die ich gerade sehr hoch gehalten habe, nachdem ich gedacht habe vor einem Jahr, Mann, das sind die geilsten Sleeves überhaupt mit der Rückseite und jetzt stehe ich da und sie zerfallen zu Staub in meiner Hand. Bitte. Deswegen, kauft euch Ultimate Guard. Ja, sie haben vielleicht nicht das Design, das man unbedingt wollen möchte, aber wenigstens habt ihr dann die Enttäuschung von mir und Cowboy Bebop nicht. Ja, ich habe auch schon, also das kann ich sagen, ich habe schon Konkurrenzprodukte gekauft für einen ähnlichen Preis wie die Cortex-Sleeves und die sind mir teilweise beim Spielen auseinandergefallen und das ist mir wirklich noch nie passiert mit Ultimate Guard Produkten. Ja, genau. Aber, ähm, genau, es geht eben um Decks. Aber heute, danke an Ultimate Guard nochmal, es geht einfach um Decks, die, wenigstens funktioniert mit Ultimate Guard dann schon mal eine Sache am Deck, aber vielleicht funktionieren andere nicht. Und, ähm, ich bin gerade dabei, ein paar alte Decks eben aufzubrausen, weil ich hatte vor einer langen Zeit, oder langen Zeit, zwei Jahren, jetzt hat ich dieses, ähm, eine Challenge gemacht, wo ich jede Farbe gespielt habe, die mir nicht getaugt hat, oder die ich halt von vornherein ausgeschlossen habe. Ich habe in diesem Jahr versucht, mindestens ein Deck zu bauen, ähm, was dann trotzdem diese Farben hat. Also zum Beispiel, ich hatte noch nie ein Five-Color-Deck und ich habe dann versucht, ein Five-Color-Deck zu bauen. Ich mochte Ors of Net, ich habe versucht, ein Ors of Deck zu bauen, dass es mir taugt. Ähm, es gab einige Erfolge dabei. Ich bin immer noch Spellslinger los. Und das, wobei eigentlich die Vormacht der Jeskai einer meiner absoluten Lieblingskarten ist. Aber, bloß, weil, und ich glaube, das ist eben, was ich an, äh, für Leute, die nicht wissen, was das macht, ähm, quasi dein ganzes Board hat Prowess und wird enttappt, wenn du einen Spellcastest und, äh, du, wenn du einen, oder einen Non-Creature Spellcastest, und wenn du einen Non-Creature Spellcastest, ziehst du eine Karte und darfst eine Karte diskaten. Drei-Mana, Enchantment, sehr starkes Ding, geht in Storm-Richtungen. Ich hab eigentlich nichts gegen Storm. Aber, äh, was ich genau cool find an dieser Karte, ist halt, ich versuch, einen Modern-Style von Spellslinger und von Jeskai Ascendancy-Kombo zu machen. Das heißt, ich animier Länder, damit Länder damit enttappen, damit ich dann Dinge machen kann. Und das sind einfach, eine Land-Strategie mit Spellslinger zu verbinden, ist bei mir bis jetzt ungefähr jedes Mal gescheitert. Das war mein Versuch mit meinem Fünf-Farben-Deck in dem Jahr, mit Jigantha. Es war mein Versuch mit meinem Temur-Deck, mit, äh, Kalamax. Auch, äh, mit Kalamax sag ich, ähm, mit, äh, im Temur-Deck hab ich was Ähnliches versucht. Natürlich konnte da Jeskai Ascendancy nicht rein, aber ich hatte ja sogar schon mal ein Jeskai-Deck, deswegen hab ich das für die Challenge gemacht. Temur-Spellslinger hat für mich nicht funktioniert. Ähm, Mono-Red-Spellslinger hat für mich nicht funktioniert. Wieso werd ich mit einer Strategie, die ich sehr cool in 1v1 finde, nicht warm? Beziehungsweise wieso mach ich ständig Decks, die zu viel machen möchten und einfach zu viel Dinge in diesen Spellslinger-Aspekt verbinden wollen, sodass ich am Ende nie ein funktionierendes Deck hab? Das hört sich danach was an, was ich auch tun würde, Fred. Hättest du dir das auch so machen? Ich glaub, Marius ist davon noch einigermaßen verschont, weil du einfach noch nicht so arschviele Decks gebaut hast. Aber ich glaub, deine Decks, wenn ich, du kannst mich korrigieren, aber ich glaub, du hast einen besseren Track-Record von funktionierenden Decks bisher auch als wir beide, weil du natürlich noch nicht ganz so viele Schüsse in den Ofen hattest. Das mag stimmen. Ich mein, der Vorteil, den ich dabei natürlich auch habe, ist, ich baue, oder ich hab anfangs sehr viele Decks auf den Precons aufgebaut, die mittlerweile recht geil sind. Ich bin in einer Zeit reinkommen, wo die Precons einfach gut sind. Aber ich war, witzig, dass du's erwähnst, Freddy, weil ich wollte auch immer ein Spellslinger-Deck haben und ich fand's voll geil. Und ich hab ja so mein Ding mit, ich will die Baldur-Skate-Charaktere und hab dann mit Gale, Waterdeep Prodigy, zwei Mana blau, darf ich, wenn immer, wenn ich ein Instant- oder Sorcery-Spell caste, darf ich eine des anderen Typs quasi aus meinem Graveyard casten. Und kombiniert mit dem Background-Tavern-Brawler, der halt im Endeffekt am Anfang deines Upkeepes eine Karte von deinem Library exiled und die darfst du diese Runde spielen. Einfach, weil ich halt ein rot-blaues Deck haben wollte und ich mir gesagt hab, ich will ein Spellcaster-Deck und ich will Gale und ich will Fireball und ich will so ein Ding. Und ich hab mich damit auseinandergesetzt. Und für jemand, der neu drin ist, vielleicht ist es auch einfach nur, keine Ahnung, ich find's wahnsinnig schwer. Spellcaster-Decks sind sehr abstrakt. Vor allem, weil ich finde, man kann sie nicht so gut goldfischen, weil die Interaktion dafür da sein muss. Und deswegen hab ich dieses Deck gespielt und es hat halbwegs funktioniert, aber nicht annähernd so gut, wie ich's mir gewünscht hätte. Und das ist so, ja. Aber ja, das war das eine Deck, was mir jetzt zu dem Thema auch so eingefallen ist, was nicht besonders gut lief bei mir. Ich glaub, bei Gale ist das, also ich glaub, mit Gale würde es vielen Leuten so gehen. Ich hab persönlich davon abgesehen, ein Gale-Deck zu bauen, weil ich mir genau das gedacht hab, ich find das eine der witzigsten Mechaniken auf einer Karte seit längerer Zeit. Also das ist wirklich einfach, ich find das cool, das ist richtig schönes Design. Aber wenn ich dann so überleg, okay, da geht's schon los, in welchen Farben, da würd ich gern was Ungewöhnliches machen. Und dann ist es so, okay, ich verzettel mich dann wieder irgendwo, du brauchst ja ungefähr 50-50 Instants und Sorceries, würd ich zumindest sagen. Und dann geht's auch schon los, was willst du da machen? Wann ist der perfekte Moment? Und da weiß ich genau, ich würde dieses Deck niemals ordentlich steuern können und ich würde auch sehr schnell die Freude dran verlieren beziehungsweise einen Herzinfarkt erleiden beim Spielen. Ja, es ist bei mir, jedes Mal, wo ich's gespielt hab, jedes Mal danach, hab ich's eigentlich fast komplett auseinandergenommen, nochmal neu zusammengestöpselt, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, welche Effekte ich dran haben wollte. Genau, bei mir, ich hab's nämlich mal, der letzte Versuch war mit Vardrock Apex of Thunder, falls den jemand kennt. 3-3, du kannst ihn für vier Mana mutaten auf etwas, Flying First Strike, und immer wenn die Kreatur gemutated wird, dann darfst du den Non-Creature-Spill aus dem Friedhof casten mit drei oder weniger Mana kosten, was halt auch die Chesskai Ascendancy sein kann, wenn sie dir zerschossen wird. War auch einer der Dinge. Aber ich, es ist halt einfach, ich kann mit Spellslinger-Decks nicht nur Spellslingen, es muss immer dieses Plus Eins sein. Und wir haben genau ein, eine ganze Folge darüber gemacht, die heißt das Chesskai-Problem, wo man unglaublich unfokussiert wird und zu viele Dinge macht, ohne es vorzuschreiten. Und es ist halt, ich weiß, was das Problem ist. Ich weiß auch, was die Lösung ist. Aber wieso kann ich das bei mir nicht umsetzen? Und das liegt einfach daran, weil wenn ich ein Spellslinger-Deck bauen möchte und eine Chesskai Ascendancy drin habe, dann will ich eine Fairy Conclave drin haben. Und Länder, die ich animieren kann, um damit zu antappen. Und dann möchte ich Dinge reinnotieren. Und ich weiß, dass ich zu viel will. Ich suche in dem Fall auch keine Hilfe mehr. Ich weiß einfach nur, ich werde nie glücklich damit, wenn ich es weiterhin versuche, weil ich mir gerade selbst im Weg stehe dafür. Und na ja, das passiert heute. Guter Querverweis übrigens, weil du gerade über die Chesskai-Folge gesprochen hast. Der Geist von Tasty MTG findet dich super. Das weiß ich, weil ich letztens erst in einer Aufnahme bei den beiden war, bei Geist und Martin. Wenn ihr also die nächste Folge von denen anhört, macht das unbedingt. Empfehlungen, die sind immer witzig. Dann hört ihr mich über die Farbe Weiß sprechen. Also ganz viel, was bedeutet das, eine weiße Gesellschaft in Magic zu errichten und warum ist die vielleicht sogar böser als York Moth? Sowas. Klassisches Zeug. Was auch für mich immer böser war als York Moth. Naja, nicht böser. Es ist genauso böse wie York Moth. Sind Nekromanten. Ich finde Nekromanten wirklich zum Kotzen. Also Nekromanten sind für mich wirklich der unterste Abschaum aller Magier. Das gilt auch für Magic und das war dann immer so, ich konnte sehr gut drum rum kommen, weil natürlich Nekromanten schwarz sind in Magic. Allerdings hat Innistrad einen sehr coolen Twist, denn in Innistrad sind Nekromanten Stitcher und Stitcher sind im Grunde Frankenstein. Und Frankenstein ist zwar insgesamt auch ein eher verabscheuungswürdiger Typ, aber es ist ja dennoch jemand, der Nekromantische Dinge tun kann, aber eben mit Wissenschaft. Und weil ich das so lustig fand, habe ich das Deck gebaut, das jetzt ein Beispiel für eine Sache ist, die für mich nicht so richtig funktioniert, habe ich mir ein Deck mit Stitcher Geralt gebaut. Der ist blau, kostet 3 und 2 blau, hat 3,4, ist ein Human Wizard. Es gibt keinen eigenen Typ für Stitcher. Und für 2 und ein Blau kann man ihn tappen und jeder Spieler mildt 3 Karten. Man darf bis zu 2 Kreaturenkarten, die auf diese Weise in die Friedhöfe gekommen sind, ins Exil schicken. Und dann kriegt man einen xx-blauen Zombie-Token und x ist die Gesamtstärke der Karten, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden. Das ist eine coole Idee eigentlich. Ich habe es dann direkt mit Mill noch verbunden und mit ein bisschen Zombies. Es ging mir ähnlich wie Freddy, weil ich wusste nicht genau, in welche Richtung. Also habe ich noch Zombies reingepackt, blaue Zombies und eben Mill. Und dann festgestellt, also gut, das hätte ich auch vorher machen können, mit Mill funktioniert Stitcher Gareth schon mal generell überhaupt nicht eigentlich. Weil man muss ja sich, also es nützt mir nichts. Ich kann 50 Karten millen und es ist Gareth scheißegal. Und ich saß dann wirklich oft am Tisch und hatte das Gefühl, okay, wenn jetzt nur ein Spellslinger-Deck hier ist, schmeldert mir das so enorm die Möglichkeiten, die ich mit Gareth habe, dass er nahezu unspielbar wird an manchen Teilen, weil ich muss ja dann, eigentlich muss ich dann mein ganzes Deck mit Kreaturen vollpacken, damit ich wenigstens irgendwas erzeugen kann und er nicht die ganze Zeit whiffed. Aber ich hätte ja vielleicht auch gerne andere Sachen drin als jeden blauen Zombie, nur damit ich irgendeinen blauen Zombie drin habe, weil mein Tribal-Gehirn sagt, mach das so. Ja gut. Aber das hört sich eher nach Restriktionsproblemen an. Und lustigerweise, du, glaube ich, kennst sogar das Deck. Ich habe nämlich auch mal einen monoblauen Giralf gehabt, aber der andere. Den neuen. Genau. Du konntest Kreaturen opfern und dann konntest du X, X Tokens machen, Zombie-Tokens machen, wobei X die Toughness war von der geopferten Kreatur. Und alle Zombie-Tokens oder alle Tokens von dir haben Flying. Also, dann habe ich halt gedacht, da mache ich coole Kreaturen damit und dann spiele ich mit Klonen und dann spiele ich meine ganzen monoblauen Power Spells und viele Leute würden behaupten, das Deck hat funktioniert. Das hat auch gewonnen. Das hat auch funktioniert. Aber es ist ein Unterschied, ob das Deck funktioniert. Es hat also quasi auf einem Blatt Papier, und das ist halt, wo man es oft merkt, es hat konkrete Wing-Cons, es ist stark, es kann mithalten, es hat Interaktion, es hat alle Checkboxes von einem Deck. Dieses Deck, wenn ich das jemandem geben würde, der würde das wahrscheinlich gefallen. Oder es gibt viele Leute, die daran gefallen würden. Aber ich habe das Deck eben gebaut, weil ich halt die Idee cool fand, diesen Charix, diese 017 Krabbe zu opfern, um dann den richtig dicken Krabben-Mutanten zu machen. Zombie. Ja, genau, Zombie. Und auch wenn das Deck dann funktioniert, wenn man nicht das rausbekommt, was man eben daraus möchte, hat es dann tatsächlich funktioniert, weil es ist nämlich genau so eine Sache von, ja, ein Deck macht mir Spaß, alles hier müsste funktionieren, es klickt auch irgendwie, aber es ist mir zu inkonsistent, dass es mir keinen Slot an den Abend wert ist. Weißt du, dass ich dieses Deck auspacke? Es ist gut, aber nicht gut genug, dass ich nicht denke, dass ich mit einem anderen Deck mehr Spaß habe. Verstehe ich. Ich habe da mal so eine Frage an Jochen. Wenn wir jetzt gerade noch mal bei Stitcher-Geralt bleiben, der sagt von wegen, es muss Kreaturen gemillt werden, man muss die Kreaturen exilen, das heißt, in einem Spellslinger-Deck würde das, wie gesagt, nicht so häufig triggern. Wäre es für dich anders, wenn es in dem Fall heißen würde, von wegen so, ey, Non-Creature-Sachen werden gemillt gemillt und die Mana-Kosten würden zum Beispiel in die Stärke der Zombies mit rein bespielen? Oder ist es generell die Mechanik an sich? Na, wenn es so wäre, wenn es Non-Creature-Sachen, dann wäre Stitcher-Geralt fantastisch. Dann könnte man ja, würde man immer was kriegen. Da würde man im Zweifelsfall, würde ich sogar einen 2-2-Zombie nehmen, nur um jemandem, weiß ich nicht, Sorts to Plowshares und Deliberate, äh, und Ponder oder so kaputt zu machen. Aber dann wäre er ja auch krass, also dann wäre er sehr krass, dann hätte ich aber, glaube ich, dann wäre er mir jetzt schon wieder zu kompliziert, weil das geht, mein Gehirn kann sowas nicht. Okay. Ähm, ich finde das schon cool mit den, mit den Kreaturen. Ich glaube, er wäre besser, wenn er sagen würde, ist er halt leider nicht, dass man das machen kann von den Sachen, die gemillt wurden in dem Zug. Dann wäre er aber auch richtig, wäre er auch wieder viel krasser. Das ist, also man muss schon sehen, dass Stitcher Gareth, der hat schon einen Platz, den ich eigentlich okay finde, aber vielleicht ist es für Commander einfach nicht so das richtige Ding, auch wenn eigentlich die Chance ja steigt, dass man Kreaturen findet, weil man mehr Gegner hat. Naja, ich glaube, er ist auch nicht unbedingt das richtige Ding, weil wir sind hier in Monoblau und wir reden hier von 8 Mana. Ähm, bis du den ersten Mill-Versuch überhaupt machst. Das stimmt. Ja, valide. Es gibt zwar ein paar Sachen, mit denen du Twiddlen und High Tide machen kannst, aber jetzt zeige ich euch ganz ehrlich, Jochen, bist du der Twiddle-High Tide-Kombospieler, der sich 50 Mana in einer Runde macht und dann dreimal Stitcher Gareth die Runde aktiviert? Also, ich habe High Tide und ich habe High Tide auch schon öfter benutzt. Ich finde, das ist eine wirklich gute Karte. Ihr verdoppelt damit einfach den Ertrag eurer Inseln. Äh, nein, ich bin nicht der Twiddle. Ich habe Twiddle und High Tide also, aber Twiddle und High Tide benutze ich nicht zusammen. Genau, weil, ähm, ich glaube, Stitcher Gareth, äh, failed den Spielern selbst, indem er einen, seine eigentlichen extremen Kosten ein bisschen vorgaukelt, von was es eigentlich ist, bis du ihn wirklich, ich meine, es sind acht Runden über, äh, acht Mana über zwei Runden verteilt, weil du kannst ihn ja nicht gleich spielen und aktivieren. Ja, ich war, vor allem hast du halt auch immer dann wieder das Problem, ich meine, hast du bei den meisten Commandern, aber gerade wenn es darum geht, oh, jeder Spieler millt was, wenn du nur am Schluss dann bloß noch one-v-one da bist, hast du auf einmal ein Problem, wenn irgendwie vor, kurz davor ein Boardwipe gezündet wurde und du stehst halt da mit basically keinen Zombies, ähm, und, ja. Also, ich glaube ja, dass man, das mit dem Mill, das, selbst wenn ich, ich glaube, das hätte ich einfach lassen sollen, ich glaube, ich hätte eher tatsächlich in eine Richtung gehen sollen mit Training Grounds, wo man die Fähigkeiten, Kosten von Gareth runtersetzt um zwei oder was, was auch eine echt gute Karte ist und gar nicht, leider gar nicht mehr so richtig günstig, äh, ist das Thousand Year Elixier, das hilft da auch, ein Artefakt für drei, das war früher relativ, nee, das war, war das in einem, nee, das war in den Commander Precons drin, in einem, in der Revy, glaube ich. Ja, das war, es war mal, ich glaube, das war nie sonderlich günstig. Nee, ich schaue gerade, es war in Commander 2021 war es nochmal und 2013, das war dann der Revy, ja, das ist immer so um die, also fünf Euro aufwärts, man kann sich schon besorgen, was macht das natürlich, das wollt ihr auch wissen, das kostet drei und sagt, man darf die Fähigkeiten von Kreaturen benutzen, als hätten sie Eile, also es sagt explizit nicht, die Kreatur hat Eile, nur die Fähigkeit ist, als hätte sie Eile und man kann für eins und das Elixier tappen, eine Kreatur tappen. Das heißt aber jetzt im Fall von Stitcher Gareth trotzdem, dass ich ja dann, selbst wenn ich das schon gespielt habe vorher, dann hätte ich ja neun, nee, noch mehr, dann wäre ich ja nochmal bei drei, das heißt, ich wäre dann bei zwölf Mana, wenn ich ihn spielen will, benutzen, enttappen, nochmal benutzen. Das ist schon ziemlich utopisch, das heißt, da muss das Setup schon stimmen, aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, für eben leider diesen, das ist so das Problem, also das schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie ne super Lösung für sowas habt, aber manchmal schaue ich mir einen Commander an und ich mag den eigentlich, aber ich weiß nicht unbedingt, wie ich den wirklich gut machen kann, außer ich mache das, wie Freddy gesagt hat, mit Twiddle und Hightight. Ja, ich glaube, Stitcher Gareth müsste noch einmal geschlachtet werden, um einfach nochmal komplett von Grund auf aufgebaut zu werden. Also, du musst den Million Dollar Man machen und ihn besser, stärker und wir haben die Technologie. So. Genau. Marius, hast du Technologie, mit denen du vielleicht auch Probleme hast? Ähm. Technologie, mit denen ich Probleme habe, also ganz generell, eigentlich mit den Decks, die ich gebaut habe, abgesehen von dem Spellslinger Deck, nicht wirklich. Etwas, was ich bis zur letzten Folge, wer sich die letzte Folge angehört hat, bis zum Ende, weil es Bescheid, noch nicht wirklich auseinandergesetzt hatte, waren Artefakt Decks. Das ändert sich gerade im Moment, da bin ich gerade beim Reinarbeiten, aber ich will da nur kurz nochmal anhängen, weil wir gerade bei Mill sind. Ähm, Jochen, hat dir das Thema Mill so ein bisschen, stößt dir das seitdem so ein bisschen übel auf? Zum Glück nicht. Also zum Glück hat meine Erfahrung mit Stitcher Gareth mir Mill nicht kaputt gemacht. Ich finde Mill immer noch ganz witzig. Ich weiß das, also ich selber will auch nicht, gemillt werden. Ich hasse das. Ich habe es gemerkt, ja. Ja, Marius hat mich mit Red Countern ordentlich gemillt. Der hat mir mit meinem Belluna Deck, als wir gespielt haben am Freitag, Freitag, ja, hat er mir so ziemlich jedes Adventure, das ich noch gerne gespielt hätte, in den Friedhof geworfen. Ähm, also ich weiß, wie nervig Mill ist. Ich weiß auch, dass Mill nicht so super gut ist in Commander, weil man muss halt schon relativ viel millen, damit es klappt. Aber eigentlich mag ich es doch. Und es kommen ja auch immer mal wieder ein paar gute Sachen dazu. Also inzwischen kann man ja irgendwie die Hälfte der Bibliothek mit einem guten Zauberspruch wegmillen, was ganz witzig ist. Aber ich glaube, es wird noch länger dauern. Also abgesehen von Stitcher Gareth, bis ich mir ein sehr, sehr explizites Mill Deck baue. Einfach aus dem Grund, weil dafür, dass es Leute nicht so gern mögen, dagegen zu spielen, und es glaube ich immer so ein bisschen Hit or Miss auch ist, ähm, lohnt sich das jetzt für mich nicht unbedingt ein eigenes Deck zu machen. Da muss schon was sehr, sehr cooles dabei sein, wie eben Stitcher Gareth. Ja. Aber, äh, du hast hier noch was aufgeschrieben, weil die meisten, Dinge kommen heute von Jochen, mit Text, wo er speziell Probleme gehabt, oder auch Mechaniken. Aber ich klau ihn trotzdem was. Äh, weil ich bin halt der Freddy und ich klau gerne. Ähm, äh, Day and Night. Weil wir nämlich schon sehr oft darüber geredet haben und ich ein großer Fan der neuen Arlen Coat wäre. Aber, für Leute, die nicht wissen, was Day and Night ist, ähm, das ist eine komische Mechanik aus, äh, Innistrad, ähm, nicht Crimson WoW, das Ding vor Crimson WoW, äh, Midnight Hand. Ähm, genau, wenn ich permanent hier reinkomme oder in Institute of Sorcery, dann kommt auch die Tag- und Nacht-Mechanik rein. Und die ist quasi ein Token, der dann bis zum Ende des Spiels getrackt werden muss. Äh, wenn, Tag ist, äh, Tag ist es, wenn, äh, zwei Spells in einer Runde gecastet wurden und es wird zur Nacht, wenn überhaupt keine Spells gecastet wurden in einer Runde. Und dann bleibt es auch so lang und wenn halt ein Spell, wenn es halt Nacht ist und es wird nur ein Spell gecastet, dann bleibt es immer noch Nacht und dann ist es unglaublich viel Tracking dafür, dass vielleicht zwei, drei der Karten wirklich gut sind, die dann auch wirklich gut sind, die man dann auch spielen möchte, weil Celestus würde ja theoretisch einen Haufen Karten filtern. Das ist ein sehr geiler Drei-Mana-Rock. Ähm, nur das Tracking dieser Karte ist, so gut diese Karte auch sein kann in C, äh, in normalen Commander, ist die negative Spielerfahrung, die Day and Night mitbringt, so nervig, dass ich mittlerweile einfach konsequent, wenn diese Mechanik auf einer Karte stehe, ignoriere ich sie. Dann wird die jetzt halt einfach weggeschoben. Egal, ob ich es Artwork mag oder ob ich es gut finde oder ob es in mein Deck passen wird, ich weiß genau, das Tracking führt zu so vielen Problemen in Commander, in den Spiel mit vier Leuten, dass ich einfach sag, weg damit. Yep. Ich hab da, jetzt halt, ich kann kurz ein, weil mir gerade auch was eingefallen ist, weil ich bin ja mit dem Baldur's Gate Sets eingestiegen. Etwas anderes, was da auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist Initiative. Das ist etwas, ich lese eine Karte und ich sehe Initiative drauf und ich schiebe sie zur Seite und ich weiß genau, ich werde diese Karte wahrscheinlich nie in meinem Leben spielen. Das ist eine Mechanik, die möchte ich nicht in mein Commander-Spiel mit einführen. Das kann ich verstehen, der Vorteil von Initiative ist für mich in dem Fall immer noch, dass Initiative, das kann man jemandem wegnehmen und da kriege ich wenigstens was. Aber wenn ich zum Beispiel keinen Day and Night habe in meinem Deck, ist das Einzige, was ich machen muss, ist, dass mir in dem Fall Freddy etwas aufbürdet, was ich tracken muss. Und das regt mich so tierisch auf und das war auch, das war nur so meine Honorable Mention am Ende von den Shownotes, weil dafür gibt es, ihr könnt gerne drunter schreiben, wenn es euch anders geht, aber für mich gibt es da auch keine Lösung, weil zum Beispiel Wadrig, der Astral Archmage, der ist einfach eine sehr coole Karte, es ist eins blau und rot und eins zwei Human Wizard, der sagt, Instance and Sorcery Space kosten x weniger und x ist seine Power. Also er hat erstmal nur eins, zwei, okay, gut. Aber immer wenn es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt oder andersrum, darf man den Plus-Eins-Plus-Eins-Marker auf ihn legen und es wird Tag, wenn er reinkommt. Diese Karte wäre zwar langweiliger, wenn da nicht Tag-Nacht draufstehen würde, sondern nur das mit der Power, weil da wird man einfach irgendwelches Equipment drauflegen und es funktioniert. das macht man so wahrscheinlich auch, aber man hat immer noch Day und Night zu tracken und deswegen ist das für mich so, hm, eigentlich finde ich das cool, aber er würde niemals in ein Commander-Deck vor mir reinkommen, in ein Space-Linger-Deck, weil ich das nicht haben will und es tut mir so leid, weil es gibt irgendwie, es gibt keine Lösung, außer sie hätten es gemacht wie bei den alten Wehrwölfen, die waren immer brutal unterpowered und nicht so richtig cool, aber da steht halt einfach drauf, also im Grunde, was Day und Night macht, steht unten nochmal auf der Karte als Text, aber es führt nichts ein ins Spiel. Ja, ähm, oder weil du das gerade mit Initiative erwähnt hast, ich verwende die Initiative viel, die Anzahl an Initiative und an der City-Tokens, die ich habe, an jeder Ecke, die mir rausfallen, wo random in meinen Taschen ist, ist übertrieben hoch, dass egal, wenn ich diese Mechanik einführe, ich hab vier Tokens, weil die fallen mir einfach aus den Taschen, sie sind nervig mittlerweile für mich in meinen Token-Piles da durchzugehen, aber ich hab halt, ich glaube, ich hab wirklich 70 oder so von denen hin, in meinen ganzen Deckboxen und Tokenboxen und sonstiges verteilt. Ich hab sehr viel Balderskate gedraftet und hab davon alle behalten. Ja, ich hab aber auch viele von denen. Und nur so fühl ich mich wohl, die Initiative zu spielen, und vor allem, ich spiel auch nicht diesen One Ring, weil ich möchte in keinem Spiel Initiative und den One Ring einführen. Wenn, dann muss ich mich vor einem Spiel entscheiden, was möchte ich, weil das, dann gehe ich nämlich auch den Leuten zum Tracken auf. Ich hab mich entschieden, es gibt zu viele Karten mit der Initiative, ich mag die Mechanik, ich find sie sehr gut, aber die Konsequenzen sind dafür, dass ich permanent, auch wenn ich's nicht im Spiel hab, durch meine Tokenbox, da da die ganzen, anders sind die Tokens raus. Aber das ist auch, das ist der gute Tipp für dich dann, Marius, nimm einfach vier Stück davon mit, vier von den Initiative-Tokens, und, ich weiß nicht, du bist ja D&D-Spieler, du hast bestimmt alle möglichen kleinen Glasperlen und Boppel und irgendwas, man kann's natürlich auch mit. Aber wenn man besonders cool sein will, nimmt man dann noch, weiß ich nicht, vier so kleine rote Glasperlen mit, und dann kann man sagen, Moment, du hast mir die Initiative gestohlen, hier hast du das, und da kannst du's anzeigen, weil das ist, damit kann man tatsächlich, das ist so das Umgekehrte, mein eigenes Erlebnis jetzt, was Day & Night macht, bei Day & Night ist es so, sitzen alle da, pfff, danke Jochen, aber wenn du ihnen die Initiative gibst, so wie jetzt im Fall von Freddy, und du hast einen Würfel dazu, oder sie können das einfach selber machen, dann haben sie was dazu bekommen, sie müssen damit, sie haben damit keine Schwierigkeiten, außer eine kleine Marke auf einem Blatt rumzuschieben, und kriegen dafür immer irgendwas Witziges, und es beschleunigt das Spiel, und das hab ich bei Day & Night leider noch nie festgestellt, dass es das Spiel beschleunigt, es war eine witzige Mechanik bei uns in der Boxing League, dass wir bei jedem Spiel gezählt haben, wie oft es gewechselt hat, aber das war das einzig Lustige, was ich jemals mit Day & Night erlebt hab. Ja. Und noch ein kleiner Vorteil, als ich daheim war, hab ich mal ein paar Warhammer-Figuren zum Tracken genommen. Hammer. Da konnte jeder sein Ding tracken damit. Ich glaub, ich muss einfach mal gegen Deck spielen, dass die Initiative cool einsetzt, weil bisher hab ich immer nur gegen Decks gespielt, wo dann war hier mal eine Karte, und war so, oh, ja, okay, jetzt ist es irgendwie drin, und jetzt macht man da weiter, aber ich würd halt dann gern Deck spielen, was sich so ein bisschen drum aufbaut. Vielleicht ist es nicht so schlimm, aber ich mein, es kann nicht jeder der Monarch sein. Also, meine absolut liebste. jedes Mal, wenn der Monarch ins Spiel kommt, bin ich happy. Das ist eine großartige, ganz einfache Mechanik, die jedes Spiel besser macht, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Ich glaub, da würden aber auch alle zustimmen. Außer, wenn du jetzt, wenn du Zuschauerin oder Zuhörerin da draußen bist, und sagst, der Monarch ist die letzte Grütze, dann schreib das bitte in die Kommentare. Das möchte ich nämlich wissen, dann möchte ich, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, weil du bist bestimmt eine interessante Person. Außerdem, Marius, du musst dann auch vielleicht mal zu mir hochkommen, wenn ich mal wieder so einen großen Commander mach, und dann triffst du auch mal vielleicht die anderen Party-People. Ja, Mann. Ey, bin ich voll dabei. Ich muss im Notfall die Kleine halt auf dem Rücken mitnehmen, aber das bekomm ich schon hin. Teddy als Wizard, als Warrior, als Rogue oder als Cleric? Eher als Familie, aber ich glaub, das ist nicht auf den Karten drauf. Aber sehr schöner Segway. Darauf darfst du dich noch freuen. Das mach ich gern. Ja, Party-Mechanik. Es gibt ja, also, ich weiß, dass viele Leute Party mögen. Ich weiß, dass viele Leute Party nicht so cool fanden bei Syndical Rising. Zumindest für Commander. Das By-Dos-Gate-Precon hat es dann besser gemacht. Mit dem, hieß es nicht sogar, Party-Time? Ja. In Orsoff-Farben. Aber das ist ja mein Problem. Es geht ja heute alles ausgehend von meinen persönlichen Traumata. Ist ja sowieso kein Schwarzspiel. Und das heißt, ich muss da eine Party zusammenstellen ohne Schwarz. Dann dachte ich mir, gut, ich hab noch nie den Vala gespielt. Außer die eine Staxige Linvala, die es gibt und auch nie als Commander. Dann nehme ich doch mal Linvala, Shield of Seagate. Ein Azorius-Engel, 1 und weiß und blau, für 3-3 fliegend und hat viel Text, sagt, zu Beginn des Combats in meinem Zug, wenn man eine volle Party hat, darf man einen Non-Land-Permanent eines Gegners auswählen und man bis zum nächsten eigenen Zug kann das nicht angreifen oder blocken und kann auch nicht seine Fähigkeiten aktivieren. Es ist quasi Detained, ist glaube ich das Azorius-Keyword dazu. Und man kann sie auch noch opfern und Hexproof oder Indestructible wählen und dann kriegen deine Kreaturen das. Und sie selber ist ein Angel Wizard. Das heißt, man hat schon mal ein Viertel der Party mit Linvala zu einem finde ich ganz vernünftigen Mana-Preis von 3. Also das ist schon mal in Ordnung. Ja, auch für eine 3-3 fliegend ist schon okay. Genau. Ich glaube, also ich gräsch direkt mal rein. Party-Mechanik ist ein bisschen schwer und ich glaube, es ist auch wegen Jochen, eine Party ohne Schwarz zu spielen ist ein Handicap. Denn wenn man sich genau anschaut, so okay, was ist denn gut an den ganzen Party-Mechaniken? Es gibt sogar Mono-Schwarze-Party-Decks. Wir fangen mal kurz damit an wegen Payoffs und was sind Kleriker in Weiß und in Schwarz? Wizards sind in Blau und in Schwarz. Warriors sind in Schwarz und in Rot und ein bisschen in Weiß. Und Rogues sind Schwarz und Blau wieder. Ja. Irgendwie haben da alle Typen von der Party so einen Schnittpunkt in einer großen Farbkombination. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, warum Jochen das nicht so gerne mochte. Dann schauen wir mal, okay, was sind denn die Payoffs dafür? Es sind große CMC-Spells günstig zu casten, wo man zum Beispiel mit Up the Beanstalk richtig coole Sachen machen kann, wenn man Five-Color geht mit der Lincevi. Oder wir bekommen einen Ein-Mana-Dämonic-Tutor in Schwarz. Wir bekommen einen guten Removal in Schwarz. Wir bekommen einen Kart-Ross-Spell in Azorius. Wir bekommen einen sehr günstigen Bieter in Schwarz. Wir bekommen einen Mass-Revive in Schwarz. So, die besten Payoffs sind in Schwarz. Jeder dieser Typen hat eine Schnittmenge, die sich in Schwarz befindet. Das Precon war Orsov. Lass mich in Ruhe, Freddy. Ich sag nur, die Wizards hat halt vielleicht eher darauf geschaut, dass man eine gewisse Party mit Rogue-Idee haben wollte. Die Leute mochten halt Astarion, bevor Astakulab rausgekommen war. Ja. Das Ding ist auch so ein bisschen, also, wenn es euch nur da draußen als abstreckendes Beispiel dient oder als Erkenntnis, dass man manchmal sagen muss, okay, vielleicht ist eine bestimmte Farbkombination in einer bestimmten Art, wie ich sie spiele, limitiert. Also, ich nehme mal das Brian Stout Arm Beispiel. Brian Stout Arm ist eine coole Karte, aber Brian Stout Arm wird jetzt niemals vermutlich auf einem CEDH Turnier als die geilste Karte, die jemals gedruckt wurde, bezeichnet werden. Und Brian Stout Arm hat einfach ein Limit, wie gut er sein kann. Und das ist halt auch manchmal eben bei Sofortabkombinationen so. Ich habe aber bei der Partysache immer noch das Gefühl, dass tatsächlich Party in Commander ein bisschen schwierig ist, öfter, weil das eine Mechanik ist, die Board basiert ist. Also, du kannst, du brauchst ein aktives Board mit einer aktiven Party, damit du all deine Payoffs rauskriegst. Ja, ich könnte mit Reanimaten und so, in Schwarz kann ich natürlich leichter an die Sachen rankommen, wenn die mal kaputt sind. Das macht aber nicht, das Hauptproblem schaltet es noch nicht aus, dass ich ja nicht super redundant auf dem Board sein will, die ganze Zeit, das heißt, ich möchte nicht alle meine Wizards draußen haben und alle meine Rogues, weil ich sonst irgendwann nackt dastehe. Aber wenn ich nicht redundant bin, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo mir jemand eigentlich bei Linvala nur vor meinem Combat mein Rogue rausschießen muss. Und dann ist es ja nicht so, dann funktioniert der Party-Effekt ja nicht zu drei Vierteln, sondern der Party-Effekt funktioniert dann überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen, das war so meine Erkenntnis dran, man muss ein bisschen aufpassen, ob, ich bezeichne es immer so, ob man auf meinem Deck baut, dass so kaskadierenden Nutzen hat, also, okay, es ist hier bei 100%, wenn was schief geht, ist es vielleicht bei 75%, dann bei 60% und irgendwann geht es so runter, bis gar nichts mehr geht und man einfach verliert. Aber es gibt halt Mechaniken, die sind hier und die funktionieren dann und wenn auch nur eine Sache nicht stimmt, sind die bei 0% Funktion und dann ist halt gar nichts mehr. Und ich genau Bulukranos oder Budakos sagt ja genau als schwarzer Commander, hey, der macht einen Bonus für die Anzahl an Membern in deiner Party. Also quasi von 1 bis 4 und ich glaube, das haben sie auch als Problem erkannt an der ganzen Sache, aber naja, das Design haben sie halt trotzdem in einer gewissen Farbe mehr als der anderen gedruckt. Obwohl ich den Gedanken dahinter eigentlich sehr cool finde, weil auf der einen Seite hast du halt Tribal Decks mit nur Zombies, nur Wizards etc. und dann quasi eine Mechanik reinzubringen, die sagt von wegen, nein, du sollst unterschiedliche Sachen haben, zwar auch quasi in Contain ein Ding finde ich an sich sehr cool, aber die Umsetzung ist halt wahrscheinlich einfach sehr schwer, zumindest so zu machen, dass man sie einfach spielen kann und nicht jedes Mal drei Handstände machen muss, um an den Effekt zu kommen. Ja, ich glaube auch, dass Party hat relativ, das ist eine Falle, in die ich getappt bin, nämlich dabei, Party, die Mechanik an sich, hat coole Payoffs, also Skyclave Plunder ist cool, hat Freddy ja schon gesagt, einfach ein sehr guter Draw Instant, aber auch wenn man sich mal so was wie den Nimble Trapfinder anguckt, einen blauen 2-1er Rogue für zwei Mana, der kann nicht geblockt werden, wenn ein anderes Party Mitglied, also auch Rogues, in den Zug reingekommen ist und wenn man zu Beginn des Kampfes eine volle Party hat, dann haben alle deine Kreaturen, dass du eine Karte ziehen darfst, wenn sie Schaden zufügen, was ja dann schon mal wahrscheinlich mindestens eine ist, nämlich er selber, oder der Squad Commander, ein Warrior in Weiß für 3-3 und vier Mana insgesamt, der erzeugt noch einen kleinen Warrior, wenn er reinkommt, für jede Kreatur in deiner Party, also der würde zum Beispiel, der umgeht es ein bisschen, der erzeugt ein bisschen Redundanz und der sagt aber zu Beginn deines Kampfes, wenn du eine volle Party hast, dann kriegen die Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1, plus 0 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Genau. Und das war so für mich die Falle, ich will dahin, weil das geil ist. Dieses Ich sacke, damit ich alles andere umschützen kann, Cast die nächste Runde wieder. Ja, ich verstehe voll, also das klingt super nice. Ja, ich glaube nur, aktuell ist Party einfach zu wenig supported und wir haben auch gedacht, dass es lange zurückkommt und dann ist es halt trotzdem nicht wirklich so zurückgekommen, wie wir es gedacht haben. Also ich meine, immer noch der legendäre Satz, this is a beta test for for Baldur's Gate, for the Baldur's Gate set und dann war keinerlei Party in Baldur's Gate enthalten und dann Weil die Leute es glaube ich nicht mochten. Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, das ist einfach nicht so gut angekommen und woran es liegt, weiß man nicht, aber Es hat immerhin den Evergreen beschert, dass ich, glaube ich, seitdem in jeder Jahresvorhersage gesagt, dass in einem bestimmten Set garantiert Party zurückkommt. Ja, garantiert, diesmal auf jeden Fall. Ja, aber jetzt. Ich habe tatsächlich vorhin, Freddy, als du gefragt hast, ob ich etwas habe, das fällt zwar nicht so ganz hinein und ich habe da jetzt auch kein super gutes Beispiel dafür, aber etwas, ist, was ich immer sehr, sehr merkwürdig fand. Ich springe kurz zurück, Herr der Ringe, Precons, da gab es ein Deck, was so ein bisschen aus dem Bild gefallen ist und zwar das Elfendeck, was sehr viel auf die Mechanik, oh, voten, etc. ankam. Also jeder Spieler, jede Spielerin votet verdeckt und dann wird es offenbart und je nachdem, was sie gewählt haben, bekommt man unterschiedliche Effekte. Das ist etwas, das habe ich oft versucht zu spielen und jedes Mal bin ich aus dem Spiel rausgegangen und habe mir gesagt, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Das waren die Effekte, ich konnte nicht wirklich mich darauf vorbereiten, was kommen würde, was vielleicht kommt, weil manche dieser Effekte sind doch, wenn die drei anderen Spieler, Spielerinnen sich absprechen, dann kann man mir schon recht quer schießen und zum anderen hält es das Spiel wahnsinnig auf. Dieses jeder schreibt verdeckt was auf, es wird revealed, dann muss erst geschaut werden, oh, wenn das passiert und dann sind manche Kartentexte so lang, dass man sie am besten auf zwei Karten hätte drucken sollen. Ja, das ist etwas, was mir immer mal wieder aufstößt, wenn ich meine doch die Precons, die ich sehr liebevoll anschaue, jedes Mal von Herr der Ringe, die ich sehr cool finde, das Elfendeck mit diesen ganzen Vote Mechanics sind so, nee, das würde ich gerne überarbeiten. Ich habe mir ja damals das Elfendeck gekauft, als einziges von den ganzen, weil es eben eines der günstigeren war und weil ich es als quasi großes Secret-Lehr für die Artworks wollte. Das Beast Within sieht immer noch unglaublich gut aus. Aber, wenn man einfach mal schaut, ich glaube, die Galadriel, die Rare aus den normalen Herr der Ringe Set mit den Scry, wird mehr gespielt. die, ich glaube auch allgemein, diese Scry-Mechanik ist etwas besser angekommen als die Vote-Mechanik, weil Galadriel Elfenqueen einfach mal, man muss ja den Text nur vorlesen und dann merkt man vielleicht schon, wo das Problem an dem ganzen Simic-Elfen-Deck aus diesem Cycle war. Es hat Will of the Council am Anfang deines Combats, wenn ein anderer Elf diese Runde ins Spiel gekommen ist, dann wählt jeder Spieler Dominion oder Guidance, wenn Dominion mehr Votes bekommt, dann temptet dich der Ring und du legst so viele 1-1-Marken auf den Ringwärter oder einen 1-1-Counter auf den Ringwärter oder wenn Guidance mehr Votes bekommt, dann ziehst du eine Karte. Galadriel sagt, wenn einmal pro Runde am Anfang des Combats, wenn ein Elf reingekommen ist, The Ring tempts you in der 1-1-Marke oder zieh eine Karte. Ja. What? Also ich meine, es ist, ich bin jetzt allgemein für schwache Commander, aber es ist doch fast besser, wenn die gar nichts machen würde ab dem Zeitpunkt, weil dann hält sie wenigstens Spiel nicht auf. Ja. Wenn sie einfach einen Riesen Vier-Mana 7-7-Vanilla ist, fände ich sehr interessanter. Ja. Und das sind, die meisten dieser Wortmechanics sind halt leider eher so semi-geil bis eigentlich gar nicht geil und das Schlimme ist, wenn du dann irgendwie drei oder vier von diesen Effekten auf dem Feld hast und deine Runde dann 15 Minuten dauert, weil du die ganze Zeit im Resolven bist, was passiert jetzt und hier für am Schluss ich ziehe eine Karte und habe einen Plus-1-Plus-1-Counter und vielleicht bekomme ich noch eine Kreatur von einem meiner, von meiner Gegner ist so sehr, ja, hat mich nicht überzeugt. Ich habe für mich persönlich eine Lösung gefunden, für was das angeht, also was die Mechanik angeht und wenn man sagt, okay, ich mag die, aber irgendwie funktioniert das nicht, dass die Spiele dauern so lang, da muss man radikal mit der Axt dran gehen und einfach mal schauen, welche Karten mag man wirklich, also weil die Galadriel, haben wir gerade gesehen, die bringt es nicht, die würde den Cut nicht machen, aber es gibt auch so ein paar Karten, die auch schon älter sind, wo ich sagen würde, selbst wenn man nicht ein explizites Vote-Deck hat, die sind für sich genommen, sind die einfach unterhaltsam und die halten auch das Spiel nicht groß auf. Es gibt zum Beispiel dieses, also zwei Beispiele, einmal ein Instant in blau für eins und ein blau, Split-Decision, sagt Will of the Council, man sucht ein Instant oder Sorcery-Spell, also einen ausgewählten und dann wählt jeder von dir ausgehend und jeder wählt entweder für Ablehnung oder Verdopplung und wenn Ablehnung mehr Votes kriegt, dann wird er gecountert und wenn man Verdopplung mehr Votes hat, dann darfst du den Spell kopieren und ihn nochmal casten und neue Targets dafür raussuchen. Also es ist entweder ein Counterspell oder du siehst was besonders starkes und holst es dir auch. Und in dem Fall ist Voting auch nicht schlecht, weil ja beides vollkommen legitime und gute Möglichkeiten sind und das, also der Tisch kann entscheiden, ist irgendwas zu gefährlich und muss deswegen aufgehalten werden oder, was für dich ja auch gut ist, weil du möchtest ja nicht, dass es passiert, oder du kriegst es zumindest auch. Das kann jetzt bei einem Board-Vibe nicht unbedingt besonders nützlich sein, aber es ist in den meisten Fällen, sag ich mal, nützlich. Und was auch noch, was ich relativ öfter mal in Decks reinbaue, ist zum Beispiel das Coercive Portal, das ist ein Artefakt für vier und das halt wird auf der Council zu Beginn deines Upkeeps geht's wieder bei dir los, sind ja immer die Vote-Sachen, stimmt jeder entweder für Gemetzel oder Ehrerbietung, Carnage oder Hommage und wenn Gemetzel mehr Stimmen kriegt, dann wird es geopfert und alle Non-Land-Permanents werden zerstört oder wenn eben Hommage mehr kriegt, also Ehrerbietung, dann darfst du eine Karte ziehen oder wenn es unentschieden ist. Das ist eine, die zwei mag ich, weil dann nämlich am Tisch wirklich interessante Diskussionen aufkommen und dann zerschießt es dir meistens jemand, aber die Leute haben nur eine oder zwei Karten, worüber sie diskutieren können und es wird immer eingeben, dass ich möchte meine Non-Land-Permanents nicht verlieren oder zwei und dann sagen die, die muss weg, alles muss weg, alles ist hier problematisch und das finde ich halt immer ganz witzig, aber deswegen war ich auch bei dem Elfendeck nie so richtig begeistert, weil ein ganzes Deck nur darum aufzubauen, ist halt auch irgendwann verliert es komplett seinen Neuigkeitsfaktor, das ist dann einfach nur noch langweilig. Ja, das ist wie, als würde man, keine Ahnung, es fühlt sich immer an, als würde man ein komplettes Deck um Minigames aufbauen und das ist immer so ein bisschen so, ja, es ist schön, wenn es dann halt irgendwie ein, zwei Mal im Match passiert, aber wenn es halt der Grundaspekt des Decks ist, dann, äh, ja. Ja. Ähm, soll ich noch kurz, ja, also, klar, äh, ich meine, ich hab's jetzt einfach schon sehr oft erwähnt, aber ich möchte jetzt gerade nochmal erwähnen, mein, äh, Enchantress Deck, ich hatte ja einfach lange Zeit Probleme damit und hab's aber jetzt zum Laufen bekommen, deswegen würde ich's jetzt ja da mal nicht unter diese Kategorie stellen, aber, ich mach mal Five Color und ich hab immer ein Problem mit Five Colors, ähm, das failed 90% der Zeit an der Commander Wahl. Äh, schon, weil, wenn ich mir ne, ne Idee in Kopf setze, zum Beispiel, ich mag gerade in Standard das Domain Deck. Domain, wenn, möchtest du so viele, äh, möchtest du eins von jeder verschiedenen Landtyp haben. Domain Payoffs gibt's auch einige. Up the Beanstalk, äh, es gibt welche, die günstiger werden für Domain und dann kannst du mit Up the Beanstalk Karten ziehen äh, und Atraxa rausspielen, um dann einen Haufen Karten nachzubekommen und es sind sehr, es sind sehr interessante Decks, was Domain Decks machen. Und dann gehst du auf Five Color und es sind entweder super spezifische Commander, die genau, äh, Elementare oder Sliver wollen oder einen Hardcore Typel Deck oder Legends oder sie sind unglaublich übertrieben oppressive wie halt Najila oder, äh, Jodha the Unifier mhm, ja und dann wird's schon schwer. Ähm, du hast, und dann hast du halt quasi die alten Steckenpferde, die, du spielst sie, weil sie sind fünf Farben. So, Chegantha funktioniert noch, weil er tappt halt für fünf Farben, aber ich bin mal ganz, ich sag mal ganz ehrlich, wirklich Freude in den Chegantha in die Commandments zu packen, bereitet's mir nicht. Äh, und ich glaub, auch wenn ich viele dieser Fünf-Farben-Strategien mögen würde, sobald ich einfach mal eine Liste sortiere, was sind eigentlich die Commander, die ich damit machen kann, steh ich schon vor einer Wahl, wo ich dann irgendwie immer so, okay, irgendeiner muss doch dafür passen. Es muss doch wenigstens einen geben, der aufs Thema passt und das tut's einfach irgendwie bei mir nie. Ja. Das ist allgemein ein Problem. Ich hab das, also bei mir kommt ja Five-Color nicht in Frage, aber auch wenn du so Four-Colors spielst, dann hast du, das ist besser, aber auch da ist es immer so, wieso sollte ich nicht in jedem, ähm, in jedem Deck, das vier Farben hat für mich, einfach immer nur, also auch nichts mit Partner machen, sondern immer nur Kinaios und Tiro von Meletis davor setzen. Das ist so, ja, okay, du kriegst halt am Endstep, darfst eine Karte ziehen, Land ausspielen, alle anderen machen ein Land oder eine Karte, das ist zum einen eine schöne Sache, weil das Spiel schneller wird und zum anderen ist es wirklich nützlich für einen selber, aber das ist, geht genau in das, in dem Bereich, den Freddy gesagt hat, nimmt man das jetzt einfach nur, also da macht ja der Commander nichts an dem Deck. Der ist einfach nur für die Farbidentität. Genau, der hat, aber gleichzeitig fehlt ihm das, also der hat nur die Farbidentität, aber sonst hat er gar keine Identität, das ist einfach nur, ja, das ist halt eine Karte, die da liegt und die lässt mich Länder spielen, cool. Ja, oh, sie zieht die Karten, geil, das ist, was sie macht oder es ist halt so ein Nischeneffekt, weil der Kyodai hat mich schon interessiert, weil es ist ein Drache mit Flash, Flying, gibt Indestructible, bis Kyodai das Spielfeld verlässt, kann Dinge buffen und dann, aber wirklich ein Deck drum bauen kann ich auch nicht, das ist das gleiche, als würde ich Giganta reinstecken, das ist das gleiche, als würde ich einen Progenitus spielen, es ist halt einfach ein Grund, also es ist einfach ein Excuse in Five Color zu gehen und dann wird mir schon wieder weniger Lust darauf, auch wenn ich vielleicht eine Deck-Idee dahinter habe, das einzige, was bis jetzt einigermaßen funktioniert hat, war ein Themen-Deck, wo ich eine Party gemacht habe, also so eine CRPG-Party mit acht Legenden, acht Waffen, acht Signature Spells, als so ein kleines Spellslinger Weapons-Deck, aber das war auch ein komplettes Themen-Deck und ich sage mal, da kam, da hat mir fünf Farben nicht geholfen, in dem Sinne, dass Garth, The One-Eye der perfekte CRPG-Commander ist, sondern er erfüllt halt die Rolle von einem Wizard ganz gut. Ja, ich meine, wir schweifen da gerade so ein bisschen ab, aber was ich ganz interessant finde, jetzt im letzten Deck von Murders of Call of Manor, wo wir bei Five Color Commander gerade sind und du sagst, du willst ein bisschen drum aufbauen, der neue Niv-Mizzet, der Guild-Pact, der auch alle fünf Karten hat, alle fünf Farben hat, sechs, sechs, fliegend, hexproof und multicalored und der sagt eben, von wegen jedes Mal, wenn der Combat-Damage dealt zu jemandem, dann macht er x-Schaden zu irgendeinem Ziel, was du möchtest, Target Player draws x-Card and you gain x-Life where x is the number of different color pairs among permanents you control that are exactly two colors und das ist zum Beispiel etwas so, da kannst du zumindest was draus rausholen, auch wenn du sagst, von wegen, ich hab mein Commander vorwiegend nur wegen Ruberk in der Command Zone, hast du da immer noch so ein bisschen so, ey, der hat ein Evasion drin, ist eine 6-6 und der zieht mir im Notfall auch noch Karten und bekommt ein bisschen Leben dazu. Ja, aber das, das gehen wir mal wieder mit zur Kurung, mein Commander zieht ab und zu mal hier eine Karte, weil ich möchte ja genau Jessica Ascendancy Lance Stormzeug mit Atraxa machen und dann bin ich schon mal bei keiner Karte, die zwei Farben hat. An der Stelle brech ich eine Lanze tatsächlich für den, ich glaub, der ist gar nicht so, der kam so gemischt weg bei unserer Besprechung, wenn ich mich recht erinnere, Freddy, für den Precon Commander Jared Cathalion, weil ich ab und zu, wenn ich hier in München Magic spiele, kommt mir das immer wieder vor von einer Freundin, die nicht so super oft Magic spielt, aber schon, also eigentlich sehr regelmäßig, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen würde, Magic ist mein Leben, aber der hat halt wenigstens immer, also es ist ein Planeswalker, fünf Farben und der hat wenigstens immer irgendwas, was man machen kann, man kann entweder Kawu-Kreaturen erschaffen oder man kann Kreaturen groß machen oder man kann Kreaturen zurückholen und eventuell noch Karten ziehen und Treasures erzeugen, aber der finde ich, der liest sich auch nicht so langweilig und immer wenn ich gegen den Spiel, ist der auch nicht so super langweilig, weil da kann man, der gibt dir wenigstens eine Wahl, aber dann hast du immer noch das Problem, da habe ich halt einen coolen Fünf-Color-Commander. Ja. Weiß nicht. Ich tue mir da einfach noch echt schwer. Ja, es ist auch nicht leicht. Aber wisst ihr, jetzt kommen wir mal von Fünf-Color-Commander zurück auf Einfarb-Commander und zwar hat Jochen dann noch ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, abschließend, und zwar geht es um Self-Mill- und Friedhofs-Nutzung mit Octavia Living Thesis. Genau, ich habe schon mal in der früheren Folge erwähnt, dass ich die nicht zum Laufen gekriegt habe. Octavia Living Thesis ist ein Strixhaven-Commander-Commander in blau, kostet acht und zwei blau, das ist ein acht, acht Elementar-Oktopus und es kostet acht weniger, wenn du acht oder mehr Instants und Sorceries in deinem Friedhof hast. Es hat Wort acht und Magecraft, immer wenn du einen Instant- oder Sorceries-Spell castest oder kopierst, dann kriegt eine Target-Creature bis zum Ende des Zuges auch acht, acht als Base-Power und Toughness. Also alles acht, weil es ein Oktopus ist. Das allein hat mich eigentlich schon überzeugt. Da ist so die Schwierigkeit für mich, da bin ich auch, obwohl ich jetzt ja schon länger Kommandospiel, immer noch nicht so richtig gut drin, wie macht man da die Balance zwischen, ich möchte sehr schnell an den Punkt kommen, wo Octavia, wo ich sie günstig ausspielen kann und sie auch was macht und ich möchte aber nicht nur Zaubersprüche drin haben, die nur genau bis zu dem Punkt nützlich sind, wo sie halt mir meinen Friedhof voll machen und danach ist es so, ja, okay, jetzt habe ich sehr viele Karten mit C1 oder Scry 1 C1 weil ich brauche ja irgendwie, also man braucht in diesen Decks braucht man ja einen Payoff, also man kann es so spielen, dass man irgendwie sich diese ganzen kleinen blauen Token Generator macht und da hat man halt ganz viele Vögel, erzeugt man, während man sowieso schon Spellcastet und dann macht man die zu 8 Achtern, aber trotzdem finde ich das da ziemlich schwer und da habe ich für mich noch keine Lösung gefunden, vielleicht könnt ihr mir da helfen, dass man irgendwie einen besseren Überblick kriegt, wie man so die Schneisen durchhaut und wie man es aufteilt, weil es geht bei mir wirklich oft dann in eine Richtung zu viel und in die anderen nicht. Ich glaube, mit Octavia ist es Ziel gar nicht so, auf diese Selbstmüllschiene einzugehen. Was ich eben mittlerweile mitbekommen, ist, dass sehr viele dieser Decks, die unglaublich viele Cantrips auf EDH-Rack haben, also von Slip-Through-Space, was Unblockable gibt. Wenn du nur Karten spielst, um nur was zu aktivieren, um nur den Thema zu stützen, dann hast du meistens ein Problem. Du möchtest am liebsten halt Karten spielen, die auch so funktionieren. Also, heute, ganz interessant, habe ich jemanden geantwortet auf unseren Discord-Server, der gemeint hat, hey, wie bekomme ich die Balance hin, bin in Saturn und in Sabadeck, ich brauche genug Kleines Unblockable und ich brauche genug große Kreaturen. Und dann ist es, naja, du fokussier dich auf diese kleinen Unblockable-Kreaturen und schau, dass du die zum Laufen bekommst, dass auch die ihre eigene Strategie sind. Und ich finde halt, wenn du wirklich Surveil und sonstige spielst, dann gehst du eigentlich in eine Art Storm-Richtung, wenn du diese ganzen Ein-Mana-Cantrips spielen möchtest tatsächlich. Ich meine, man kann vielleicht hier und da für eine Art von dieser Karte tendieren, aber wichtiger sind Karten, finde ich, wie Bond of Insight. Und da, glaube ich, muss man sich diese Frage, bist du ein Bond of Insight-Deck? Das ist eine Sorcery, die jeder spielt in Mild-Fier-Karten und dann darfst du bis zu zwei Instant-Oder-Sorcerys aus deinem Friedhof auf die Hand nehmen und du exilst Bond of Insight. Du millst vier, aber du wirst auch die Karten, die du dann davon bekommst, wieder spielen. Und dann gehst du auch auf sowas wie einen Rite of Replication, was halt für einen Viermann-Klon ist, der dann auch eine Sorcery im Friedhof ist. Und du kannst sie kicken für neun, um dann vieles zu machen und hast auch einen Late-Game-Plan. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, bei solchen Decks zu schauen, bin ich ein Storm-Deck und wenn ich das nicht sein möchte, dass sehr viele dieser Karten sagen, aber ich bin halt auch eine Sorcery im Friedhof, ich bin auch ein Adventure, ich bin auch auch einen Mana-Rock, ich bin, ich habe eine andere Funktion in dem Deck, mit der ich noch übergreife. Ich glaube genau, Gale, auch wenn der die Karten ins Exile stießt, nachdem du, glaube ich, die Karten mit ihm zurück tun wirst, wird auch in das Deck passen. Ich habe, witzigerweise, wo du gerade von Gale redest, ich habe Octavia tatsächlich in meinem Gale-Deck und zwar, ich habe die, ich habe sie anders, also ich glaube, Jochen, bei dir ging es eher so, ich will sie so früh wie möglich draußen haben, damit du Value draus haben kannst. Ich habe sie bei mir, bei mir ist sie in der 99, das heißt, bei mir ist es ein bisschen verdeckter, das heißt, ich kann ein bisschen überraschender sein, aber so wie ich Octavia bisher gespielt habe, ich habe mir ein Board-State von eben vielen kleinen 1-1-Vögeln aufgebaut mit Mangecraft, bababababa und irgendwann kann ich dann für nur zwei Mana, kann ich dann Octavia casten und habe noch massig Mana offen, um dann nochmal ein paar Cantrips hinterher zu hauen und habe dann halt auf einmal 7, 8, 8er, 7 vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt 5, 8, 8er fliegende Vögel auf dem Board liegen und ich glaube, auch wenn es in der Command-Zone ein bisschen offensichtlicher ist, ist es trotzdem ein, ich baue mir mein Board oder könnte es sein, ich baue mir mein Board so auf, wie ich es brauche und cast es gar nicht so früh wie möglich, sondern ich sehe das Board-State, oh, schau mal, der da drüben, die haben gerade sich gebattelt, da ist viel offen, der hat nichts Fliegendes, ich kann jetzt für 2 Mana Minecraft-Master rauscasten, buff mir das Ding und nehme ein Spieler raus zum Beispiel, sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass du diese ganzen Kreaturen, die sagen, hey, zieh zwei Karten, Discard, was diese Steam-Core-Scholler und Champion of Wits und sonstiges mit in das Deck packst, tatsächlich deinen Friedhof mit Instant und Sorceries so voll lädst, aber gleichzeitig halt auch dann den Mass-Change-Spiel gibt's ja auch, dass, hey, jede Kreatur ist dir das bis zum Ende der Runde und du spielst vielleicht eine Tharza, die Zeug flickert und dann hast du deine ganzen kleinen Kreaturen, die dir immer wieder Karten ziehen und deine Removers hatten und danach kommt auch, ja, also quasi hinten. Du spielst aktiv trotzdem ein Sport, du kannst sogar den Monarch spielen, du kannst Fall from Favor reinhauen als coole Sache, weil dann hast du auch diese ganzen kleinen Kreaturen, die dann doch angreifen wollen, weil Octavia hat ja zwei Komponenten dazu, zu den Commander S hat, sie günstig casten und 8-Achter wollen auch angreifen. Ja, das war auch mein Plan. Genau, das heißt, diese ganzen kleinen Champion of Wits sind dann ja überhaupt nicht, äh, sind dann auch überhaupt nicht schlecht und vor allem Champion of Wits müsste ja saukool sein, weil du kannst ja Champion of Wits spielen, der kostet drei Mana, wenn er reinkommt, ziehst du so viele Karten, wie er Power hat und, äh, Discard ist dann zwei Karten, aber ich sag mal, du kannst es ja so stacken, du kannst sie, äh, kannst dir, wenn du Octavia draußen haben, hast den Champion of Wits casten, dann eine Instant hinterher, den Champion zu 8 Power machen, 8 Karten ziehen und dann nur das zweite Discard. Mhm. Das stimmt. Das wär schon geil. Das sind die Big Brain Moves, wisst ihr, ihr redet hier über Taktiken teilweise und ich bin, als Jochen vorhin erwähnt hat, ja, das hat alles mit 8 zu tun, weil es ein Oktopus ist, bin ich aus allen Wolken gefallen, war so, ah, ja, das ergibt, ich hab, ich hab mich mit dieser Karte lange auseinandergesetzt mit meinem Gelddeck, ich bin nie drauf gekommen. Ach, grämm dich nicht, Marius, ich komm manchmal auch einfach, wenn ich mir monatelang eine Karte anschaue, komm ich nicht über den Punkt raus, wo ich mir denke, es ist ein Oktopus, 8 und 8 und 8, Ja, außerdem ist es auch, auch sehr flavorvoll, wenn Octavia als 8. Karte kommt. Das stimmt allerdings. Ich hoffe mal, ich glaub, wir sind, wir sind damit soweit durch, ich hoffe mal, ihr konntet anhand der Beispiele so ein bisschen sehen, wie fruchtbar das sein kann, wenn man auch einfach mal sagt, vielleicht nach einem Spiel, Puh, das Deck hat mir grad nicht so getaugt, habt ihr irgendwie Ideen, das finde ich immer nützlich, oder manchmal ist das eigen, also es ist natürlich am wichtigsten, dass das Deck euch Spaß macht, aber manchmal ist das Eigenempfinden auch ein bisschen seltsam verzerrt, weil ich war zum Beispiel, als ich letztens bei Luna gespielt habe, das Temur Adventure Deck mit der Riesen als Commander, war ich nicht so super überzeugt das ganze Spiel über, aber es ist zu einem spannenden Finale hingekommen und es war mit dem Deck auch durchaus möglich und ich war negativer am Ende diesem Deck gegenüber eingestellt als Marius und die anderen Mitspieler und dann habe ich das einfach mal so ein bisschen in mich aufgenommen und habe für mich so überlegt, okay, vielleicht kann ich noch was dran drehen, aber vielleicht sollte ich mal die Energie aufnehmen und das auch so annehmen, also das ist manchmal halt, vielleicht guckt man auch, weil vielleicht am Anfang direkt was removed wurde oder weil man immer alle Adventure weggemild kriegt, schaut man vielleicht, das war schon ganz cool so eigentlich. Jochens Friedhof war am Schluss höher als seine Bibliothek, also bei weitem. Aber das war für mich so ein bisschen, so ein Feel-Bad-Moment, aber gleichzeitig hat es eigentlich, musste ich am Ende einsehen, durch die anderen Leute, es war doch eigentlich witzig und es hat viel am Tisch gemacht und so kann ich dann, dann kann ich annehmen, was man, was zum Beispiel Freddy mir jetzt als Verbesserungsvorstellungen geben würde, aber gleichzeitig kann ich sagen, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart mit einem Deck, was nicht heißen soll, dass ihr Deckstil nicht mögt, auch einfach nicht nach zwei, drei Spielen einfach weg, einfach zerlegen könnt. Ja, genau. Macht das. Und vor allem schaut nicht so sehr auf, hey, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Manchmal, wenn es euch Spaß macht, macht es euch Spaß und wenn ihr denkt, das Deck ist vielleicht zu schwach, dann fragt mal, ob andere Leute auch ein schwächeres Deck haben. Ja. Oder ob das Deck vielleicht ihr mal für ein Precon auspacken wollt, weil, wie gesagt, es bringt auch nichts, wenn ein Deck funktioniert, wie mein Geralt-Deck, aber ich kein, ich dann da bin und denke mir halt so, andere Leute hätten wahrscheinlich mehr Spaß, haben wahrscheinlich mehr Spaß mit dem Deck als ich. Das ist übrigens ein guter Punkt. Und das ist, das hatte ich gerade noch vergessen, gebt das Deck mal jemand anderem im Zweifelsfall, weil manchmal ist es so, dass man selber vielleicht nicht die richtige Person ist, um das zu steuern. Das wäre für mich bei ganz vielen so Spacelinger-Sachen und so, ich kann das vielleicht besser bauen, als ich es spiele. Und ich glaube, aber was ihr auch den Leuten geben könnt, sind die zweite Packung von Cortex-Sleeves. Die kommen in hunderter Pack, zwei Packungen aus 50. Ist manchmal super praktisch, vor allem, wenn man viel Stil spielt. Danke, Ultimatic Art, für die Sponsorship. Vielen Dank. Aber jetzt schickt mal welche rüber von den neuen, es gibt doch neue, coole Farben. Ich müsste mehr Decks bauen. Ich habe richtig Bock zu es lieben. Bin ja auch der Kaktus, und dann sage ich dir mal Bescheid, dass ihr uns mal wieder dick skipsst. Was ich auch liebe an den Bouldern, in unterschiedlichen Farben, kann man zum Beispiel auch schöne Farbkombinationen zusammenstellen. Das hier sind meine vier Baldur Skate Decks. Und ihr dürft in den Kommentaren mal raten, welche Farbe, wir haben weiß, schwarz, blau und rot, welche Farbe zu welchen unserer Heroes gehört. Die sind alle aus der Main Party quasi. Also es sind jetzt nicht irgendwie Zephlo oder sowas drin. Aber bin mal gespannt, wer drauf kommt. Sollte mindestens eine LaSalle dabei sein, denn ohne LaSalle ist keine Party komplett. LaSalle ist dabei. Aber ich verrate nicht, in welcher Box. Wenn ihr noch mehr über LaSalle hören wollt, könnt ihr noch mal die letzte Folge anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da wird es ja nämlich mal genauer beurteilt. Und wenn ihr uns folgen wollt, auf unseren Socials, at edh-kompass. Dann auf Twitter. Ja, auf Twitter. Ich höre einfach auf, das zu versuchen. Instagram Commander Kompass suchen. Instagram Commander Kompass. Discord ist im Link, ist verlinkt. Ja, außerdem würde ich noch mal ganz gerne ein größeres Shoutout an die Leute finden, die jetzt wieder ein bisschen aktiver dabei sind im Discord. Das war ja irgendwie ein bisschen eine Zeit lang auf Eis gelegt. Da war es ein bisschen still. Aber jetzt geht es ja wieder voran. Und ich hoffe, dass ihr auch mal dann einfach auch mich anschreibt, weil in letzter Zeit wurde ich öfters mal angeschrieben. Decklisten. Eine wichtige Sache, wenn ich Decklisten erwähne. Ich bin leider sehr viel weggegangen von diesen Online-Decklisten-Creatoren, weil ich mittlerweile einfach gern mit dem Zeug, was ich hier habe, und dann ertausche. Und diesen physischen Aspekt, den mag ich einfach sehr gerne. Deswegen bestelle ich auch gar nicht mehr so viele Karten. Es sei denn, es kommt was Neues raus. Und dann bestelle ich es mir quasi vor. Ich tausche sehr viel. Ich bin leider sehr aktiv. Muss halt leider sagen, deswegen sind oft das mal, kann ich aber manchmal trotzdem Decks abfotografieren, wie ich es heute eben gemacht habe. Für jemanden. Also könnt ihr gerne danach fragen, aber ich möchte euch auch wirklich die Warnung geben. Ich habe nicht immer alle Decklisten parat. Ich musste gerade mit der Vorstellung erwehren, dass man irgendwann in 30 Jahren sagt, ja, die Decks von Freddy kannst du dir in der Unibib auf Mikrofisch anschauen. Wo man dann ganz weit runter in den Keller muss und dann hat man diese fürchterlichen Mikrofisch-Projektoren und guckt dann, ist dann da drüber gebeugt und schaut sich deine abfotografierten Decks an. Naja. Wer witzig. Wer witzig, ja. Ich würde es in meinen Collectors Vault packen und damit sind wir schon bei der Karte der Woche. Ja, die spielt auf eine andere Karte der Woche an, die ich schon mal gebracht habe, nämlich den Endless Atlas, den ich gerade überlege zu ersetzen. Kurz Endless Atlas ist ein Zwei-Manner-Aterfakt, sagt, für zwei kannst du eine Karte ziehen, darfst du aber nur machen, wenn du drei Länder mit dem gleichen Namen hast. Das ist schon ziemlich gut. Ich finde, das ist einfach eine schöne kleine Karte. Aber es passiert mir auch manchmal, dass ich es halt nicht kann, weil ich aus irgendeinem Grund gerade nicht drei Länder mit dem gleichen Namen habe. Collectors Vault aus Weis of Eldraine, also noch relativ frisch, könnte und wird ihn vielleicht in vielen Decks ersetzen, den Endless Atlas, kostet auch zwei, ist auch ein Artefakt, und sagt, für zwei darfst du eine Karte ziehen, dann musst du eine Karte abwerfen und du erzeugst einen Treasure Token. Also eigentlich kostet das nur eins. Ich kann meinen Friedhof noch befüllen oder irgendwelchen Bumpets loswerden und eine Karte ziehen. Und eigentlich würde ich sagen, ist es einfach ein Upgrade von Endless Atlas, weil nur ziehen ohne Abwerfen ist besser als das, lasse ich da nicht gelten, weil das sollte eigentlich kein Problem sein, für einen guten Magic-Spieler eine Karte zu identifizieren, die man abwerfen kann. Ja. Vor allem, vielleicht könnte das ja auch in diese Octavia passen. Stimmt. Aber tatsächlich, Collector's Vault sehe ich in letzter Zeit öfters, denn jemand von uns hat ein Self-Discard-Deck gebaut mit dem Raven-Man, der auch viel das Self-Discardet. Und dann spielt er auch Vile of Galadriel, die neue, wo, wenn du keine Handkarten hast, zwei Karten ziehst stattdessen. Und dann versucht er quasi die ganze Zeit auf null Karten zu gehen und dann wird Collector's Vault aktiviert und du ziehst dann ja doch zwei Karten und wirst nur eine ab, wegen der Fiole. Interessant. Sehr coole Synergien, die man damit auch aufbauen kann. Außerdem, der Collector's Vault ist einfach besser, als er sie liest. Also, dass er tatsächlich auch Limited Play gesehen hat, war interessant, weil die Karte liest sich halt nicht so, als wäre sie gut darin. Für so ein 1v1-Format, was ja schneller ist. Und da kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn man ein Format spielt, das langsamer ist. Dann ist er ja nur noch besser. Vor allem, weil es gibt häufig diese Züge, in der hast du ein oder zwei Mana übrig. Und im Endeffekt, natürlich musst du zwei bezahlen und eine Karte ziehen, aber du stellst gleichzeitig auch einen Treasure-Token. Das heißt, du zahlst im Endeffekt nur ein Mana. Und dann, ich meine, im Endeffekt, wenn du zwei Mana übrig hast die Runde noch, weil du kein Outlet dafür hast, dann hast du einfach gerampft für die nächste oder übernächste Runde, wenn auch immer du es brauchst. Und das ist einfach so ein unfassbar geiler Effekt. Nochmal dazu, ich spiel relativ viel Schwarz. Ich hab keine Probleme mit Karten zu diskaden. Die sind in meinem Friedhof. Das ist meine zweite Hand quasi. Necromant. Jawohl. Na, meine lieben Necromantinnen und Nicht-Nekromantos und Stitcher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.